Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Apokalypse Zombie Apokalypse mit mir, dem Luca und dem FireTube LP Hallo, ja mit mir ist der Luca, Kanal in der Beschreibung und dann könnt ihr mehr über ihn rauffinden Ja genau, bei mir kommt dann auch dein Kanal in die Beschreibung Ich hoffe, dass man mich und dich jetzt auch gut in der Aufnahme hört Und ich bin Survivor, du bist auch Survivor, oder? Ja, ich bin Survivor Okay, und jetzt musst du halt erstmal Kisten suchen So, dann hab ich erstmal... Ich kann die Lampe noch nicht umlegen Achso, ja, die Zeit Dann hab ich die Zeit schon vergessen Genau Also ist es eigentlich fast meine erste Runde, könnte man sagen Jo, also bei mir ist es auch jetzt erstmal eine dritte Runde Aber ich denke, die Regeln sind jetzt auch nicht so schwer Jo, denke ich auch nicht Jetzt kommen halt die ganze Zeit diese Zombies und... Ja, wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie zusammenbleiben Und dann gleich zusammen die Basis von denen erobern Aber leider hab ich jetzt schon alle von euch aus den Augen verloren Ich denke mal, das ist hier noch ein Survivor Ja, das ist ein Survivor Und da oben ist eine Kiste drauf, da will ich natürlich gerne hin Und ich versuche die Stellung zu halten und bin jetzt Zombie Wow Oh, du bist Zombie Ich seh' dich Richtig geil, so, da bist du Ah, ich bin auch so gut wie tot Ah, da hab ich dich, ich hole dich, ich hole dich Dich kriege ich Nein Scheiße, meine Leben regenerieren sich nicht, weil ich zu wenig Nahrung habe Oh, ich bin schneller als du Nein, ich treff dich nicht Doch jetzt Oh, okay, ich bin tot, ja Komm auf meine Seite Okay, jetzt bin ich auch auf der Seite der Zombies Oh, hier sind direkt zwei Typen Scheiße, der Schalter kann von denen erobert werden Was ist der Schalter? Da ist der Schalter Oh, oh Wenn ich jetzt sterbe, bin ich... Sind wir am Arsch Entschuldigung, aber ich muss gerade noch Ja, okay Ja, du siehst nach, was los ist Oh, fuck Oh, fuck Oh, ich schade, machen die mir Ja, vor allem, wenn du jetzt stirbst, dann bist du... Oh, erst mal die Lava reinspringen Bist du weg Okay, ich bin der Spectator So, kann man auch dir zugucken, irgendwie, oder... Ja Ich habe gerade auch irgendwie Damage bekommen, ich weiß nicht von wem... Oh, ich kriege... Hä? Also ich spektate dich jetzt, ähm... Ihr zockt gleich noch eine zweite Runde, oder? Ja, würde ich mal sagen Ich schneide es einfach hinten dran Okay Uh, da rennt er Vergiftet oder so Ja, irgendwie, das ist ganz komisch Die Leber regenerieren sich nicht Vergiftung Ja, noch neun Minuten vergiftet Wollen die mich verarschen Ja, okay, dann habe ich jetzt noch Ich kann jetzt überhaupt nichts mehr machen, eigentlich, weil Ja, ich bin so gut wie tot Ich kann jetzt noch versuchen, die hier irgendwie mit feiern Ja, okay, ich bin tot Ja, okay Ja, dann, wie sagen sie bei uns In der zweiten Runde wieder, ne? Jo Also, bis gleich Hallo, Heddy, komm zurück zu Ja, äh, Zombie Apokalypse Minecraft Spielmodus, Komma, D.KK, Komma, D Server Mit, äh, wieder zweite Runde Ja, genau Zweite Runde jetzt hier und Boah Jetzt ist hier gerade irgendwie schon alles in die Luft gegangen Von dem Flugzeug Also wir sind beide Zombies jetzt diesmal Und der Server leckt gerade ein bisschen leider Braucht mehr, äh, Dings Ram Ja So, dann gehe ich mal hier wieder raus Obwohl ich nicht verstehen kann, warum die Zombies ein Flugzeug haben, was ein bisschen unlogisch ist, aber Quatsch Oh, der ist hier gleich down Genau, jetzt wischen sich die anderen hier ein Und dann schließlich hab ich den Bogen drauf, ist mir egal Ich bin auch gleich tot, Alter Pass auf, ja, okay, du bist auch tot Ich geh einfach sofort wieder raus Oh Jetzt leckt das Server kurz wieder Ich hab noch ein halbes Leben, ich musste jetzt zurück ins Flugzeug Okay, jetzt müssten die Leben sich wieder regenerieren Aber ich verstehe nicht, warum ich gerade so vergiftet war In der letzten Runde Und vermutlich irgendwie mit, damit zusammen, dass die wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Waffe oder so, die man bekommen kann Oh, ich bin nicht drauf Wo ist unsere Lampe? Unser Schalter hat so gesagt Der ist in unserem Flugzeug Ich such den gerade Okay Hier so, bei der vorderen Tür Muss ich nachts abholen Loll, was geht denn hier? Hab ich denn gesinnt, du hast? Okay, ich bin wieder raus Scheiße, bitte legen die jetzt nicht den Schalter auf Alter, das ist ja fast unmöglich jetzt hier Ja, okay, und jetzt brenne ich auch noch Ich brenne auch Fall aus der Welt Boah, ganz schön hart hier, ey Wenn die jetzt hier gleich reinkommen Die müssen ja nur einmal mit ein paar Leuten kommen und unser Flugzeug stürmen Dann haben wir ja schon was gewonnen Da kommt einer Ich hab einen Schatten geboren Also So, ich hab fast auch nichts geschworen So haben wir ja schon mehr zombies Okay, der eine Typ ist gerade geschnitten Also der Schalter ist schon umgelegt Okay, ich bin hier Ich such dich einfach mal gerade Ich hab so keine Chance mehr, aber ein bisschen die Länge ziehen kann man noch Wo bist du? Ich bin jetzt zufrieden Ich bin jetzt zufrieden Ich bin jetzt zufrieden Ja Wollen wir einfach mal alle drei Maps zeigen, oder? Achso, wir können natürlich ja noch jetzt die dritte Map Ja, das gibt es ja noch drei Maps Aber der hat einfach gezeigt Ja, das wär eigentlich ganz gut Ja Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der dritten Runde wieder und Jo Bis dann Los Hallo, willkommen zurück zu Ja, zum Akalypse Runde drei Jo, ich bin Survivor Ich weiß nicht, was du bist Du bist wahrscheinlich auch Ja Dann schlachte ich jetzt die Zombies ab Oder wir campen einfach hier Ja, ich würde mal sagen, dass wir erstmal irgendwie hier bleiben Bis man den Schalter umlegen kann Würde ich eigentlich immer zusammenbleiben Hier, wir können einfach hier oben die Treppe runterschlagen, oder? Ja Es gibt keinen zweiten Wicke hoch, soweit ich gesehen hab Wahrscheinlich, ja, vielleicht gibt's drinnen noch eine Leiter, oder? Ich gucke Eine Treppe hier Ne, ist keine Doch, hier ist auch noch eine Leiter Doch, doch, okay, dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen Mhm Aber wir müssen einfach nur gucken, dass wir so lange, bis man den Schalter umlegen kann Hier alles frei halten und dann einfach mal durchlaufen Genau, ich würde sagen Ich versuche doch trotzdem mal zum Schalter zu kommen Gleich, wenn die Zeit umgelegt ist Dann gehe ich außen rum Also, das heißt, ich gehe jetzt nicht gerade durch, sondern so außen durch die Enge Oh, da kommt schon ein Zombie Ah, Hilfe Okay, der ist direkt gestorben Okay Jetzt habe ich hier so eine Poison Hole bekommen Mal gucken, was man damit so machen kann Den kann man vergiften irgendwie Ja Ach, daher hatte ich wahrscheinlich auch im ersten Spiel diese Vergiftung Kann sein Ich bin mir auch nicht so sicher, dass es so lange ist Ja, also neun Minuten war irgendwie ein bisschen komisch, aber es stand da So, da war noch ein Zombie, aber so ein Gift würde auch nicht schlecht machen Oh, der killt mich hier, der Zombie Weil wenn du stirbst, bist du mein Feind Ja, jetzt bin ich auch Zombie Okay, dann müssen wir ziehen mich So, auf den Schalter kann man gleich umlegen Ja Aber ich weiß jetzt auch, wo der Schalter ist Das hat auch irgendwie was Gutes Und ich weiß noch nicht, wo der ist Und deshalb werde ich gleich suchen Aber ich komme jetzt So, wo haben wir denn den Schalter Hier unten ist er nicht So, wir machen Abgang Also irgendwie leckt das echt gerade hier ein bisschen Ich weiß nicht, ob das bei mir kann Das leckt Gewalt Das leckt Gewalt Dann liegt das also nicht an meiner Internetverbindung Oh, cool, ich bin so ein bisschen Ja, ich sehe dich Oh, ich bin tot fast Ja, bei uns schaltet es noch rund Das ist doch auch schlimm Ich sollte gerade sagen, wir wollen das hier nochmal Ist der Schalter umgelegt? Nee, noch nicht Okay, dann kann ich doch noch drauf gehen Ja Ich muss nur gucken, dass jetzt hier halt keiner reinläuft und den Schalter umlegt Da bin ich sagen, immer aufs Gemetzel drauf Boah, da hat einer ein Dia-Schwert Wie soll man den killen? Draufhauen Wahrscheinlich kann man den eigentlich nur im Stand kommen Er flüchtet, er flüchtet, er flüchtet Okay, ich bin sofort Spektator Ich bin direkt gestorben, weil Schalter umgedrückt wurde Ich habe auch nur noch ein halbes Leben Okay, warte, ich suche dich, ich suche dich da Okay Bitte verbruch mich die Kampfbedingungen zu behindern Das stand bei mir auch gerade Du hast Eilkart gegen mich geschossen Ich stehe so weiter weg und du schießt mich direkt mal so in your face ab Boah Der hat so eine blöde Gift-Hacker, auf die habe ich keinen Bock Oh Na, ich würde sagen, die Zombies haben sowieso schon verloren, würde ich sagen Ja Ja Ja, ich bin auch tot Okay, das war jetzt schon wieder Richtig gefehlt hier Aber am Anfang war das schon irgendwie klar, wenn man stirbt, dass man dann eigentlich verloren hat Weil es waren einfach viel zu wenig Zombies im Vergleich zu den anderen Typen Es sollten mehr Zombies sein Damit die was zu tun haben Ja, oder ich weiß nicht, aber der eine Typ hatte halt ein Diaschwert, also ein bisschen zu extrem Weil mit einem Holzschwert und so einer leichten Rüstung kannst du den halt dann quasi nicht killen Naja, ist wirklich so und das ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen übertrieben mit der Waffenhandlung hier Ja, also Diaschwert, weiß ich nicht, ist ein bisschen zu extrem, also Eisenschwert wäre vielleicht noch okay, aber, naja Genau, und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns Oder vielleicht wir beide nochmal, in einem neuen Video Ja, vielleicht in irgendeinem neuen Video Aber, äh, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für die Folge, oder? Ja, sag ich auch Dann sage ich tschüss und bis zum Ja, bis zum nächsten Mal Nächste Mal Ba, 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 ba